Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, Bock, mein Name. Guten Tag und willkommen an Tag 37 des Joe Meller. Heute mal wieder auf ins Little Italy. So, schauen wir mal, ob ich es mitnehme. Ich habe das Lager abgeschlossen, dann kann ich nichts mehr rausnehmen. Ich habe das Lager aufgeschlossen, ich kann wieder was rausnehmen. Willkommen, Mods. So, wir nehmen zwei Wasser mit und die letzten zwei Chicken Nuggets. So, dann begeben wir uns jetzt mal zum Auto. Wir haben vermutlich wieder acht Dollar in der Tasche, korrekt. So, wie es aussieht, rotieren meine Fahrräder auch ein bisschen weiter. Also, das heißt, ich habe sie tatsächlich neulich nicht dahingestellt, wo sie standen. Aber da kümmere ich mich heute Abend mal drum, dass ich die wieder weiter nach vorne stelle. Hört jetzt auf, den Salat zu essen. Vielen Dank fürs Crime-Abo. Monat 6. Willkommen. IRE Indianisch platzendes Woof. Das waren mit Martin Ikon. Beetle hier. Kazaraロroh charts. $7. 1. 2. 7. ich bin ja noch nie längst gefahren gefühlt irgendwie fahr ich völlig falsch aber manchmal muss ich auch mal ein miss zusammen fahren irgendwie werden wir da schon ankommen ich bin ja noch nie ich bin richtig gut den namen lesen ich streife 1 wie heißt die gute dame mit der wir heute abend das war diese licht angelassen das ist super ich bin ja noch nie guten abend hallo ich bin joe ich bin roly so adrian eingetragenen da und man sagt roly ja also ich mag meinen vornamen nicht deswegen mega zu nachnamen okay alles dank das kriegen wir hin kein problem gut dann bis gleich bis gleich ich bin ja ich bin ja Vielen Dank. Vielen Dank. Weißt du, ob oben jemand ist heute? Also ich habe noch nicht geschaut, ich bin gerade eben auch erst gekommen. Alles klar, den gehe ich kurz schauen. Hmm. Hmm. So, oben ist niemand. Wie lange bist du heute hier? Also es hieß, ich sollte heute kommen. Ich glaube, 22 bis 23 Uhr hieß es also. 22 bis 23, alles klar. Weil dann würde ich gleich einmal den Post by Venture kurz machen, das wir jetzt geöffnet haben. Okay. 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 So, ich lade mir jetzt, ich glaube, den Weinfreitag runter. Kann das dann gehen? Wie das Bild einfach nicht lädt. 5 Prozent, das ist wie früher. 56 kam oder? Doch, aber das Shepherd's Pie schmeckt so auch, oder? So, ich lade mir jetzt, ich lade mir jetzt. Jetzt geht's, ich lade mir jetzt, ich lade mir jetzt. So, das Internet ist gerade noch ein bisschen langsamer. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die Grafik runter habe. Ich hatte gerade gesehen, eingetragen warst du auch bis 10. Willst du denn auf jeden Fall bis 11 machen, oder? Ich denke, 10 wäre auch in Ordnung. Dieser ist ja das erste richtige Arbeitstag für mich. Ich war ja noch einmal bis jetzt zur Probe hier. Ja, genau. Aber da hast du ja vom Prinzip soweit alles gemacht schon bis auf das Buchen nachher am Ende, oder? Vom Prinzip ja. Es war relativ wenig los an dem Tag. Ja, okay. Ja, ich denke, da spielt auch mit ein, dass Little Italy jetzt die letzten Tage sehr, oder die letzten Wochen sehr inkonsistent geöffnet hatte. Es geht ja jetzt erst langsam wieder los, dass es fast täglich geöffnet hat. Und wenn sich das rumspricht, denke ich, dann wird das auch wieder besser mit den Besuchszahlen. Denke ich auch. Es war halt mit zwei Mitarbeitern eine lange Zeit lang. Es ist halt schwierig. Sieben Tage abzudecken, ja. Das verstehe ich. Jetzt muss man sich das überschreiten, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Hauswein ist, soweit ich weiß, auch tatsächlich nur noch Restbestand. Ich glaube, den können wir gar nicht mehr nachbestellen. Gut zu wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, das stört mich nicht. Ich würde quasi hier auf jeden Fall die Kunden bedienen. Ist auch immer gut fürs Trinkgeld sozusagen. Und Abrechnung gehen wir dann auch gleich einmal durch, sobald die ersten Buchungen da waren. Dann können wir das gleich am Beispiel durchgehen. Das ist immer einfacher, denke ich. Ja, vermutlich schon, ist auch in dem Sinne nicht wirklich kompliziert, aber es ist immer gut, wenn man es einmal gemacht hat. hallo ihr beiden hallo mitsch alles gut soweit ich denke schon ich bin auch gerade habe gerade den post abgesetzt dass wir geöffnet haben auf jeden fall bis 10 und denke schon hatte gerade besprochen wenn du nichts dagegen hast würde ich sonst gleich haben wir noch eine bestellung offen da würde ich sonst gleich wieder in die küche gehen und das machen denn dann passt das ganz gut denn was ist noch offen wir haben lohner glaube ich kam rein ja es lohner markt ja genau richtig der rest ist ja abgeholt alles die anderen sind ausgeliefert oder abgeholt genau genau da habe ich auch die rechnung gestern abend noch fertig gemacht das ist alles rausgeschickt abend ich hatte heute mittag schon kredits kredits abgeschlossen gehabt ja sehr schön jetzt ob du da bist weil es einfach relativ rüber ja und unter der woche ist mittags eher schlecht ja genau habe ich habe ich gedacht das war relativ früh gewesen gut ansonsten gegen abends versuche ich natürlich immer zu reichen und damit dazu zu ziehen ja das wäre super aber jetzt war glaube ich noch keine neuen noch hat es noch nichts eingetragen der termine nicht nehmen wir heute mittag war auch nur spontan hat angerufen ist vorbeigekommen hat unterschrieben und ist wieder gegangen so ja super aber so soll es ja auch fix ja genau genau hier gut da will ich euch nicht aufhalten und hoffen wir dass kunden bekommen hier heute abend ja das wäre schön eine sache noch ganz kurz wenn ich unter der woche montags bis freitags 20 uhr schreibt kann das ab und zu auch mal knapp werden mit 20 uhr soll ich dir das noch mal extra dabei schreiben dann oder soll ich trotzdem 20 uhr schreiben oder circa 20 uhr für die planung schreitze circa 20 uhr ok also wenn es jetzt 10 nach wie ein viertel nach 20 nach das dann auch ja genau so ist dann eigentlich auch egal alles klar ok wollte ich nur dass wir einmal darüber gesprochen haben nicht dass du dich wunderst wo bleibt der kerl denn naja alles alles gut ok weiß ich bescheid ok gut ja dann bin ich euch nicht im weg ja eine frage noch soll ich die hotline übernehmen fürs italy oder ja ja mach das ruhig alles klar okay ja dann würde ich viel spaß ja dankeschön danke in es dann raus unterwegs okay ja 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 und bist du neu in der stadt oder schon länger hier jetzt bald ein monat ungefähr also schon schon gesetzt sozusagen angekommen ja das schon aber job mäßig dies noch nicht so gut waren sonst ja schon angekommen wie lange bist du schon in der stadt auch einen guten monat in der fünften woche müsste ich jetzt ein kleines bisschen länger ja genau ein paar tage länger scheinbar das hier in italy ist jetzt auch mein erster fester job den ich jetzt annehme und drüber easy credit arbeite ich auch das sind so jetzt die zwei jobs die ich jetzt gerade angenommen habe direkt zwei jobs wenn das geklappt hat ja das war vielleicht auch ein günstiger zufall also mitsch ist ja auch bei easy credit mit dabei und dann hat er ein paar tage später gesehen dass ich mich da auch beworben hatte und dann das war natürlich praktisch sozusagen dass beide unternehmen gerade gesucht haben ja das ist praktisch ja Also meiner Erfahrung nach wird es meistens eher ab neun voller. Ich weiß nicht, Mitch, hattet ihr auch gesagt, dass wir meistens draußen stehen sollen, wenn wir offen haben, dass die Leute das denn mitkriegen, dass wir offen haben? Nein. Ah, okay. Dann ich meine, gut, jetzt stehen eh Personen vor der Tür. Dass die Leute sehen, dass hier jemand ist, aber normalerweise also ich stelle mich dann meistens da vorne irgendwo in den Eingangsbereich. Dass die Leute sehen, dass hier geöffnet ist. Ist auch ganz praktisch. Einige nehmen auch sozusagen im Vorbeigehen einfach nur einen Kaffee mit. Die erreicht man dadurch dann auch immer nochmal etwas einfacher. Ja, hört sich nach einer guten Strategie an. Ja, ich denke auch. Alles klar. Ich würde ansonsten tatsächlich erst mal anfangen, jetzt in der Küche die Bestellung fertig zu machen. Okay. Und ja, wenn was sein sollte, entweder ist Mitch ja draußen oder ansonsten bin ich in der Küche, wenn du Fragen hast. Okay, gut. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. So, heute gibt es Salat oder Pizza. Das ist Salat oder Pizza. Ich glaube, Carbonara gewinnt. Jum, 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 jum. Liter. So, jetzt sollte ich erstmal, bevor ich irgendwas koche, sollte ich vielleicht mal gucken, was wir überhaupt haben wollen. Ähm, und in der richtigen Firma. So, Bestellung. Ach ja, vielleicht zu den anderen übersichtlich. 50 mal Pizzaschnecke. Und 102 Panini. 102, das ist eine interessante Zahl. So interessant, dass ich jetzt tatsächlich nachgucke, ob die Bestellung so eingegangen ist. So. Kann ja auch sein, dass man sich verklickt. So, guck mal, da ist aber noch eine neue Bestellung. Pizzaschnecken, 102 Stück. Nö, ist so richtig. Okay. Äh. Neue E-Mails. Das sind 30 Panini und 30 Pizzaschnecke. Das heißt, da fangen wir erstmal wieder auf ein bisschen teilen. Teig brauchen wir dann, ja. Genau. Wir brauchen Teig. Teig, Teig, Teig. Mehl, Wasser, Hefe, Öl. Mehl. Wasser. Öl. 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 Vielen Dank. 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 Teich. Vielen Dank. Vielen Dank. Knoblauch. Vielen Dank. Was habe ich falsch gemacht? Achso, Thymian kommt auch noch. Oregano, Knoblauch, Tomate, auch noch. Tomate. Eins, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, es fehlt noch der Knoblauch. Ne, Knoblauch habe ich schon, warte. Tomate, Käse. Vielleicht packe ich aber auch noch eine Scheibe Pizzateig dazu. Das wäre doch hilfreich, oder was? Das wäre doch hilfreich. Aber es wäre doch hilfreich. Das wäre doch hilfreich. Ja, wenn man in die falsche Spalte guckt, hat man hinterher Pizza. Ei, ei, ei. Ei, ich nappe. So. So, so, so. Mella, sind sie heute nicht bei der Sache? Wat? Wat für ne Sache? So. Ich hab schon mal frische Pizza gemacht. Also, jetzt gucke ich bei Pizzaschnecken. Teig, Knoblauch. Knoblauch, 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 Käse, Tomate, Käse, Tomate und Oregano. Kein Thymian. Ja, das kennen man schon auch. Eine Nappe. So. Nächster Versuch. Also, Deborah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht ja nicht, dass die Boxen immer runterfallen. Vielen Dank. Ich hatte vergessen zu gucken, ob hier noch welche lagen. Die Antwort ist nein, alles klar. Ich frage mich, wie man diesen Kaffee hier macht. Weil das wäre ja eigentlich praktisch drüben für den Automaten. Vielen Dank. 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 Wir schneiden Brötchen auf, legen Tomate und Käse drauf, vom Panini raus. Das Panini Sticker Album. Das Panini Sticker Album. Vielen Dank. 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 Ein paar Brötchen brauchen wir. Zehn Wasser. Vielen Dank. 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 Brötchen Backen. Vielen Dank. 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 Ja, Bonika trinken. So. So. Panini. Brötchen. 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 Cheese. Tomate. Zack, 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 zack. Dack, zack, 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 zack. I'm going to move. To see, we can move. That's cool. We can move. And we can move. And now we can move. So. We can move. Brötchen, Tomate, Kieselbrett herstellen. Not. Brötchen, Kieselbrett, Tomaten, Schnibbelihackeldi, Schnibbelihackeldi, Schnibbelihackeldi. Brötchen, Schnibbelihackeldi. Vielen Dank. Symmetrie. 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 Tut 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 Pew pew Huck, huck, huck. Huck. Huck, huck. Musik in der Küche. Hört ihr Musik? Die Antwort ist nein. Sie ist Musik. Sehr beruhigend. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, was für Musik Joe mag. Ich mag ja überhaupt Musik oder ist ihm das genauso, in Anführungsstrichen, egal wie ich? Wie ich, genau. Wie mir. Danke. 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 nur noch zweimal hacken dann haben wir panini fertig und dann müssen wir hinterher nur noch fünf mal panini und fünf mal pizzaschnecke also jeweils 30 stück bauen für die zweite bestellung aber da kann ich nachher noch vorher noch mal rein weil die bestellung muss ich auch noch anlegen weil smith das nicht zufällig schon getan hat telefon ist auch eher ruhig und klammern es hat noch nicht geklingelt heute aber weiß wie viele leute schon wieder ihre werbung gepostet haben so 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 Jetzt tragen wir die Sache mal rüber. Tüt, 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 tüt und tüt und tüt und tüt und noch. Vielen Dank. 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 Okay, dann gehe ich wieder in die Küche, dann ist sie ja bestens versorgt. Und Frauen sich unterhalten. Misch dich nicht ein. Misch dich nicht ein. Lass sie baseln. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Gut auch mal hier rüber stellen. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. 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 Aber die hat keiner bestellt gerade. Bleiben die da wohl liegen. So, dann brauchen wir fünf und fünf, hatte ich gesagt. Das heißt, wir brauchen zweimal Pizzateig. Das heißt, wir brauchen zweimal Pizzateig. Zweimal Wasser. Zweimal Hefe. Und zweimal Öl. Hallo. Hallo. Kann man sich hier irgendwo was gebizzen? Ja, ich habe hier ganz unten im Regal liegen noch vier Pizzaschnecken. Ja. Ich habe hier noch eine. Danke. Natürlich. Ich hatte auch schon gesehen, da war noch eine Bestellung, die hattest du ja auch schon angelegt. Die mache ich jetzt auch noch. vor ein paar Minuten erst angelegt habe. Ja, genau richtig. Nein, also ich habe... Flashfoot-Experte. Ja, genau richtig. Die würde ich auch noch gleich fertig machen. Die war ja nicht so riesig. Und dann würde ich sonst auch gleich beide mal anrufen und fragen, ob die abholen wollen oder sonst würde ich das auch noch kurz vorbeibringen. Alles klar. Perfekt. Super. Sehr schön. Läuft ja wie man sich das vorstellt hier. Das freut mich zu hören. Ja. Also ich weiß nicht. Ich glaube, vorne ist noch nicht so viel los. Einen oder anderen Gast habe ich gerade gesehen, aber... Ah, okay. Alles klar. Gut. Ein bisschen was. Ja, das ist doch auch gut. Aber es ist natürlich immer... Man kann hier hinten immer ganz gut arbeiten, wenn man zu zweit ist tatsächlich. Ja, das stimmt. Genau. Wie ich das nachher... Oder, ne? Wie es nachher klappt, wenn man alleine ist, das muss ich dann noch ausprobieren. Ja, ja. Wie gesagt, das kommt immer so drauf an, wie viel los ist. Genau. Mit dem guten Ohr hört man die Tür vorne. Aber wenn man merkt, es ist viel los, dann sollte man erstmal gern vor der Küche bleiben. Ja, natürlich. Natürlich. Gut. So, dann bin ich auch gleich erst noch mal unterwegs. Dann nehme ich hier noch so eine schöne Pizzaschnecke für unterwegs mit. Gerne. Frage ich mir ein. Wohl bekommst. Und dann sehen wir uns später gleich nochmal, ja? Alles klar. Dann bis später. Dann. So. Wasser, Mehl, Hefe, Öl. So. Wasser, Mehl, Hefe, Öl. So. Dann. So. 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 Okay. So. 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 Oh, Moment. Nochmal. Ne, wo waren die denn? Da. 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 So, jetzt sind die Kiese, Tomate und Oregano. 1, 2, 3, 4 Ich stelle kurz was rein zum Aufwärmen. Natürlich. Ist ein bisschen was zu tun vorne? Ein bisschen nicht viel. Alles klar. Ich stelle kurz was rein. Ich stelle kurz was rein. Scheiße, die hat mich gerade erschrocken, als sie da quasi gespawnt ist. Oder habe ich das nicht mitgegriffen, wie sie da hingegangen ist? Ich glaube, die ist da gespawnt. Diese D-Sings sind spooky. Ich stelle kurz was rein. Was mir an den Minzplättchen von Edeka besser gefällt ist, die sind nicht auch noch einzeln in Papier eingewickelt. Also, ja, Umwelt schön und gut, aber ich finde das auch unpraktisch. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. So, jetzt müssen wir gleich Brötchen, nee, Brötchen haben wir noch im Tischen. Drei und drei. Dann müssen wir gleich nochmal, brauchen noch, drei mal drei sind neun. Einmal Brötchen machen, zwei Wasser, ein Mehl. Mehl, Mehl, Mehl. So, Pizzaschnecken sind fertig, dann haben wir die Sachen nochmal in den Ofen. Hmm. Bak, bak, bak. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie noch sowas? Ja, wir haben auch Kartons zum Mitnehmen, selbstverständlich. Okay, wenn ich einfach mal Margarita haben möchte, haben Sie die im Ganzen oder in Stücken oder wie verkaufen Sie die? Die sehen ähnlich aus wie Stücke, also das sind tatsächlich, ja, kleine einzelne Pizzen. Ja, das wollte ich, ah, okay, alles klar. Was kostet so eine? Die liegen bei 11 Dollar für eine Margarita. Okay, ähm, ich würde einfach mal fünf Stück davon holen können, wenn das okay ist. Fünf Stück, ja. Fahren Sie gleich los oder? Ja, wenn das passt, würde ich jetzt gleich direkt losfahren. Ja, dann schmeiße ich Ihnen die in den Ofen, dass Sie die dann gleich frisch mitnehmen können. Ja, wunderbar. Ja, das ist so, also Pizza, deswegen frage ich mal, Pizza kann man ja auch mal eine Nacht in den Kühlschrank lassen und morgen machen wir nicht. Ja, das ist selbstverständlich. Weil für meine Mitarbeiter hier wollte ich das nämlich mal hier deponieren bei uns im Laden, dann, äh, Ja. Ich mach das jetzt so nach und nach, dann hol ich immer wechselhaft irgendwo bei den Gastronomie-Kollegen was für die Mitarbeiter hier, damit die was zu essen da haben, wenn die arbeiten und Hunger kriegen oder so. Ja, wunderbar, dann, ähm, füße ich jetzt gleich los in ein paar Minuten. Alles klar, mach ich Ihnen fertig. Danke, bis gleich. Bis gleich. Sollte nicht telefonieren und backen, verdammt. Ah. Sollte nicht telefonieren und backen, verdammt. Ich muss die ja auch in den Ofen tun. Ja, ja, jacht. Pabla papp. Wir kaufen noch heiße Pizza. So, was nehmen wir denn mal? Ach komm, gönnen wir uns doch mal einen Eiskaffee, va? Für die schlanke Linie. Haben wir uns mal verdient. So, weg damit. So, weg damit. So, weg damit. Oh, weißt du was? Die eine zum Stack gibst du dazu. So, weg damit. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß da aber, er ist rein Peter. Vielen Dank. So, Bestellung fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ich komme von Pettys Eis. Pettys hatte fünf Margarita-Pizzen bestellt. Die wollte ich abholen. Ja, wollte ich jetzt sagen. Ich hole ihn ganz kurz. Super, danke. Zoom. Zoom. Fünf Mal Pizza, ich habe Ihnen jetzt noch eine mit oben drauf gegeben. Oh, vielen lieben Dank. Oh, vielen lieben Dank. Und dann sind das 55 Dollar, die ich bekomme, bitte. Bitteschön. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank. Und einen schönen Abend noch, ne? Ihnen auch. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Hört ihr so auf den Salat zu essen? Nein, eigentlich wollte ich nur in meine Tabelle. Ähm. Denn wir haben hier jetzt fünfmal Margarita verkauft und sogar zehn Dollar trinkelt. Margarita, 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 Margarita. Na, bin ich Ihnen weiterhelfen? Ja, gerne einen Milchkaffee mit einem Löffel Zucker. Milchkaffee mit Zucker, ja. Einmal Bruschetta, bitte. Ja, wollen Sie es hier essen? Ja, ich sitze oben links auf der Terrasse. Alles klar, bringe ich ihn gleich hoch. Danke. Ui, Aua. Er hat's aber auch heute. Also, er wollte eine Bruschetta und einen Milchkaffee. Ich weiß es nicht. Ich muss heute mal gucken, was ich mit meinen Tasten hier mache. So, Shatter ist im Ofen. So, ich habe mit meinen Tasten hier. Okay. Dann komme ich mit meinen Tasten hier. Vielen Dank. 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 So, ich hoffe, die Brochette haben geschmeckt. Sie waren sehr lecker. Sie waren sehr lecker. Ich muss einmal... No, ich... 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 ... 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 Ja, kannst du mir ein Stück zur Seite? Ja, natürlich. Moment. Ich schreibe gerade eine SMS, deswegen. So. Machen wir Platz. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Satz anfing. Hallo Mitch, kurze Info. Ich... So, habe sie eben mit... Jan Nordwood von Kingston Brown vorhanden über die Wärme erzählen. Wir werden es intern sprechen und dann gegebenenfalls stellen. Enter sendet die SMS nicht ab. So, Mitch ist informiert. So, dann gucke ich noch mal, wer hier bestellt hatte. Das war einmal Lohner Market. Zwei, vier, drei. Zwei, vier, drei. Zwei, vier, drei. Zwei, zehn, zwei, drei. Ach, guck mal. Können wir doch direkt das... Das hier war Puttys Eisdiele. Eisdiele. Party. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Bekomme ich dann 6 Dollar für bitte? Mhm. Bitteschön. Ich bedanke mich. Gut, den geh nicht mehr draußen. Alles klar. Okay. 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 Die Weinflaschen wurden... Die Weinflaschen wurden... Ja, angenommen heute. Angenommen? Ah. Ja, also... Ja, ich glaube allein, Dieter, ihr sechs Gläser Wein, meine Freunde. Wohl bekommst. Ja, ich hatte jetzt versucht, die Bestellung noch abzutelefonieren, aber die Hotlines sind beide nicht besetzt. Sonst hätte ich die Sachen noch schnell weggebracht. Okay. Gut. Genau. Jetzt hast du ja Bestellung da. Hast du oben noch was, was du servieren musst, oder...? Nein, da bin ich gerade fertig. Alles klar. Wollen wir das denn sonst einmal schon mal durchgehen, dass du das schon mal vorbereiten kannst? Können wir machen. Alles klar. Genau. Genau. Du musst dafür ins RDP, in die Bestellung. So. Und da hast du jetzt... Zuletzt war Verkauf Joe vom 20.05. Ja. Genau. Den Betreff kannst du dir sozusagen rauskopieren für deine Bestellung oder deine Aufzeichnung heute. Und dann gehst du oben rechts auf das Plus. Okay. Und damit erstellst du eine neue. Ja. So. Dann gibst du oben links die Bezeichnung, also Verkauf, dein Name und das Datum ein. Ja. Und dann stellst du links einmal auf Verkauf. Das sind so zwei Buttons. Verkauf. Verkauf. Genau. Und dann hast du oben bei Kunde, dort müsstest du deinen Namen raussuchen. Also dein Name, Ansprechpartner bei Ladenverkauf sollte es da geben. Ja. Genau. Den auswählen. Und dann kannst du das präventiv schon mal speichern. Dann ist das auf jeden Fall schon mal hinterlegt. Ja. Ja. Und dann kannst du jetzt unten über das, also unten links über das Plus, kannst du jetzt die ganzen Artikel, die du verkauft hast hinzufügen. Okay. umgesetzt hast. Ja, genau. Dann ist dein Name, Joe. Genau. Alles klar. Joe. Stimmt. Alles klar. Und du? Ich bin Roly. Okay. Roly. Ja. Super. Mitch, dann gebe ich dir gerade das andere Hemd zurück. Ja. Dann verscheu ich das hinten nochmal. Danke. Okay, cool. Dann haben wir das geklärt. Ich muss leider weiter. Alles gut. Keinen Stress. Einen schönen Abend euch allen noch, ne? Jawohl. Tschüss. Tschüss. Jo und Joe. Da wird es zwei Wechselungen geben. Gut möglich, ja. Ähm. Genau. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Ich fühle das nochmal ganz kurz zu Ende. Ähm. Ja. Genau. Wenn du dann sozusagen fertig bist, ähm, dann hast du da unten links den Punkt geliefert. Moment, ich muss erst wieder rein. Ja, klar. Ja, jetzt hab ich's. Genau. Den, äh, markierst du sozusagen, wenn du, ne, alles drin hast. Ja. Dann gehst du sozusagen entweder gegenüber oder später rüber zum Automaten. Und dann hast du in den Ankündigungen die Vorlage für die Überweisung. Also heißt, du zahlst das Geld einfach auf dein Konto ein und machst dann die Überweisung, ähm, entsprechend der Bestellliste fertig an die angegebene Kontonummer. Okay. Und das war's eigentlich auch schon. Und nach der Überweisung kannst du's dann auf Bezahl stellen. Okay, gut. Gut. Dann werde ich mich mal dran machen, alles nachzutragen. Genau. Du musst auch nicht jede Position einzeln von den Bestellungen, sondern wenn du, ne, keine Ahnung, 15 Mal Wein jetzt verkauft hast, dann, ne, einmal Wein mit 15 Mal reicht dann. Ja, mach ich. Alles klar. Gut. Dann suche ich mir mal, ich glaub ich geh nach hinten, da hab ich ein ruhiges Eckchen. Alles klar. Gut. Sehr schön. Hallo, super erklärt. Danke. Genau, ich hatte dir vorhin kurz ne SMS geschickt. Ich, äh, der Herr, ähm, Moment. Nordroth. Ja, genau richtig. Ähm. Der, der war noch mal zum Essen hier. Ja. Und dann hatte ich ihn einfach direkt noch mal drauf angesprochen. Ähm. Okay, okay. Okay. Ne, das, das wir eben liefern zu den normalen Preisen und das, wenn sie eine Bestellung machen wollen, dass sie es dann einmal für Venture rüberschicken mögen. Mhm. Genau. Genau. Die, die besprechen das jetzt. Äh, er meinte, die haben jetzt entweder heute noch oder die nächsten Tage ohnehin eine Sitzung und da spricht er das an und dann denke ich mal, kommt da was. Okay, super. Also sehr schön, freu ich mich. Genau. Ähm, die beiden Bestellungen, also Lunar Market und Food Experts, habe ich jetzt beide nicht erreicht heute. Ähm. Ja. Bestellungen liegen aber hinten. Muss gleich nur noch Zettel dran machen. Mhm. Aber ansonsten sind die sowas schwierig. Nur ich dachte mir, ich muss ja keine Zettel dran machen, wenn ich sie heute eventuell noch loswerde. Ja, genau. Das wäre dann auch der von, ja, nötigen Zetteln. Genau. Ja, weil ich glaube, für so ein Post-it sind die, glaube ich, gar nicht mal so ganz billig wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind nicht günstig, nee. Äh. Weißt zwar nicht, wo der hohe Preis herkommt für die Dinge. Äh, aber, ja. Den gibt's nun mal so hoch. Ja, genau. Unverständlich, aber. Genau. Anders bekommt man die ja leider nicht. Genau. Partys Eisdiele ist vorhin hier gewesen. Die hatten fünfmal Pizza abgeholt. Ja. Ähm. Für ihren Mitarbeiter-Kühlschrank. Mhm. Da erzählte, äh, Herr Patterson, dass die wohl immer reihum durch die, äh, bei den Firmen immer mal was bestellen für ihre Mitarbeiter-Kühlschränke. Okay, ja, bei mir waren die noch nicht gewesen. Ah, okay. Jetzt zumindest nicht dran erinnern. Ja, okay. Ja, dachte ich nur, erwähne ich mal. Ja, ja. Der ist, äh, äh, Pattys heißen die, ne, da unten. Wie bitte? Entschuldigung. Pattys heißen die. Ja, genau, richtig. Ähm. Vielleicht mal die Idee, dass man sich mit denen zusammensetzt und hier vielleicht ein bisschen eine größere Eisauswahl auch haben. Ja. Genau, die, die Karte fürs Eis ist ja auch schon in dem Sinne etwas älter. Glaub ich. Bei uns, meinst du? Ja. Ja, genau, richtig. Ja. 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 Ja, schreib ich mir mal auf. Ja, vielleicht. Tis Ice Beach Party bei Sally. Okay. Bei uns noch unsere Eiskarte, haben wir die noch aktiv bei Venturegram? Also ich hab die neulich noch gesehen, ja. Ja. Ich hab die runtergenommen. Alles klar. Wir haben für die so nicht mehr da. Wir haben uns noch mal einen Eisbecher mit drei Kugeln Eis. Was anderes haben wir da nicht mehr im Angebot. Alles klar. Genau, da hätte ich dich sonst irgendwann auch nochmal gefragt, aber genau alles andere ist sozusagen weg. Also nur den Eisbecher, so wie er hinten im Kühlschrank steht? Ja, genau. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das angedacht ist, auch an der Karte und den Rezepten eventuell mal zu feilen, wenn das jetzt sozusagen, ja, wiederbelebt werden soll. Oder ob das alles so... An der Karte ja auf alle Fälle, da fehlen ein, zwei Sachen. Ja. Ja. Nein, also ich meine jetzt tatsächlich auch von dem Speisenangebot. Ähm. Ja. Da hab ich noch was im Petto. Ah, okay. Alles klar. Weil... Gut. Gut. Dann hab ich alles eingetragen für heute. Super. Gut. Passt. Wollen wir mal drüber geschaut? Äh. Ansonsten, wie Joe gesagt hat, überweisen und dann abhaken bei den Bestellungen. Genau, das will ich dann jetzt gleich machen. Mhm. Ja, ansonsten war's das. Mehr gibt's eigentlich nicht zu beachten. Gut. Dann würde ich jetzt kurz zum Automat gehen, schauen, dass alles funktioniert. Mhm. Genau. Ah. Mal schnell ne Pissaschnecke verdrückt. Ja, wie war das? Frisch schmecken die immer noch am besten, wenn sie gerade aus dem Ofen waren, ne? Das stimmt. Dann kannst du ja mal jemanden zu erreichen bei Pattis. Ja hallo, hier Mitch Malone von Little Italy Ich bin der Geschäftsführer zu sprechen, Herr Peterson Hab ich am Telefon, super Und zwar, mir ist jetzt zu Ohren gekommen dass sie bei uns Pizza geholt haben heute im Laufe des Tages Ja, vorhin, genau Dementsprechend ist mir in den Gedanken gekommen dass wir unser Eis Eismenü ein bisschen ausweiten könnten Dementsprechend würde ich eventuell sehr von Interesse mal mit Ihnen da sich zusammenzusetzen und ein paar Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen Kooperationsmöglichkeiten Wollen wir da einen Termin ausmachen? Sonntag ist schlecht bei mir Könnt Ihnen Dienstag Ja, so ab 20 Uhr wäre ich zur Verfügung Aber Dienstag 20 Uhr Möchten Sie gerne machen, ja Malone Mitch Malone Co-CEO Bin aber primär in der Geschäftsführung Möchtung Möchtung Genau Genau, das können wir machen Genau Super Dann bis Dienstag Tschüss Na schon Was bei rumkommt Berlinisches Restaurant mit gutem Eis Das sollte eigentlich Standard sein Ja, das stimmt Großartig, die Möglichkeit und Eismaschinen haben wir hier hinten drin nicht Dementsprechend Mal gucken Vielleicht wird das von außerhalb das gute Eis Ja, ich denke da ist ein ganz guter Ansprechpartner Also ich weiß, dass unten das Restaurant hier die Wurstpumpe Die haben auch keinen eigenen Nachtisch sondern verkaufen ich glaube rein das Zitronensuppe Ja, das weiß ich auch Ah, okay Ja, ich war dort zum Pre-Opening waren wir dort eingeladen Ah, alles klar Und da gab es auch das Zitronensuppe zum Nachtisch Ja, ich kenne von denen in erster Linie das Spaghetti-Eis Das wird nur leider nur ausschließlich an den 24-7s verkauft Okay, warum das denn? Das weiß ich auch noch nicht Ich bin auch jedes Mal wenn ich da auf der Ecke bin frage ich im Laden nach dem Eis und sage dann jedes Mal ob sie das nicht notieren können dass sie das lieber auch mal im Laden verkaufen Spaghetti-Eis ist ja so ein Klassiker Ja, eben, genau Das ist nämlich auch meine Idee gewesen und dann war halt die Idee auch so ein schön frisches Spaghetti-Eis Ja, ja, genau Mit der Idee bin ich da hingegangen aber Ja, mal gucken Das ist eigentlich so das Wenn ich mal einen Eisbecher nehme dann ist eigentlich wirklich ein Spaghetti-Eis das, was ich vorzuge Ja Genau so ist es bei mir Deswegen Naja Vielleicht kann man die ja noch umstimmen die Herrschaften Ah, wäre schön, ja Sehr sympathisch Er mag auch Spaghetti-Eis Was hast du noch vor? Bist du Ähm Ja Hast du noch ein bisschen zu arbeiten oder Feierabend jetzt? Ich denke mal Feierabend Also es ist Ich hatte ja auch gepostet dass wir bis 10 da sind Ja, ja Es ist jetzt auch keiner mehr da Also ich denke mal Ja Ja, dementsprechend kannst du Feierabend Wollte alles geklappt haben Ja, prima Ich schaue später mal kurz drüber aber Ja Irgendeinen Fehler zu machen Du brauchst natürlich einen Tippfehler bei der Kontonummer Ja, ich habe es zweimal nochmal nachgeschaut Sollte passen Super Ausstempeln und schauen dass meine angetrungenen Freunde hier nach Hause kommen Ich glaube die sind sogar schon rausgegangen Ja, die sind gerade mit mir zum Automat Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert Alles klar Schön mit Wein abgefüllt heute Ja, die haben sehr viel Wein getrunken Die ganzen sieben Gläser sind auf die zwei gegangen Boah, das ist ja einiges Das ist dürfte locker Schon deine Flasche Das ist glaube ich mehr als eine Flasche gewesen Ja, sehr schön Na gut, nee Alles gut Ja, da kommen sie schon wieder Ja, wie war das? Noch, wer war denn da? Ja Aber ich glaube die eine torgelt schon ein bisschen Ja, so Ja, okay Man soll es ja auch nicht übertreiben Oder wäre das Genau Die hat weniger Alkohol als auf der Arbeit Ja, mit Wein soll man vorsichtig sein Ich bekomme immer Kopfschmerzen Die ist Russin Die, ich glaube die hält was aus Achso, ja Dann Genau, dann richte ich mich mal Genau Also ich würde jetzt auch nur noch jeweils einmal versuchen anzurufen bei den beiden Ob noch jemand da ist wegen der Lieferung und ansonsten Ja, würde ich quasi auch Feierabend machen dann gleich Ja, ja Mach das, mach das Ja, ich glaube Dann wünsche ich noch einen schönen Abend euch. Gleichfalls. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Weiß sie, dass sie bis morgen, übermorgen so den Wochenplan schicken soll? Wenn du ihr das noch nicht gesagt hast, vermutlich nicht. Ich habe es ihr schon mal gesagt. Ich sage es ihr nochmal. Ja, ansonsten bist du nicht morgen eh nochmal mit ihr hier. War das nicht so? Ja, 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 ja. Stimmt. Genau. Ich sage es ihr morgen. Sollte ausreichend sein. Also ich werde morgen dann wahrscheinlich gar nicht hier sein. Wird mal kurz reinschnuppern und gucken. Und sonst sollte es hier, wenn sie jetzt alles soweit kann und weiß, dann sollte sie das alleine bewältigen können, glaube ich. Ja, eigentlich. Da passiert jetzt noch die Rezeptenliste. Die werde ich hier nochmal durchschicken. Aktuellen Rezepten, dass sie irgendwas nachkochen kann. Ja, genau. Dann werde ich ihr das wahrscheinlich mit dem Posting auch nochmal kurz erklären. Und dann werde ich hier auch den Zugang schicken. Ich hatte auch mit Easy Credit vorhin ein Posting gemacht bezüglich, dass wir erreichbar sind, telefonisch. Ja. Hat auch direkt Sabinacci von Unicars und Diamondcars, der Besitzer von den beiden Autohäusern, hat direkt durchgerufen, hat gefragt, ob wir wieder besser erreichbar sind. Dementsprechend schickt er jetzt seine Kunden auch wieder aktiv zu uns. Ja, sehr schön. Ja, aber es schien dort ein Baller bei sich stehen. Bei ihm stehen. Wer ja auf Easy Credit läuft, den hat er angefragt, direkt abzukaufen. Aber da will ich jetzt keine Auskunft geben, ob das geht. Er will ein bisschen unter den Preis gehen, was sehr verständlich ist. Jeder will ja noch ein bisschen was dran verdienen, oder was? Ja, 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 genau. So. Ich kann mich dann auch mal umziehen. Mach das. Beziehungsweise bevor ich mich umziehe, da war doch noch was. Bestellung wollte ich doch noch etikettieren. Fresh Fruit Experts, das war die kleine Bestellung, ne? Mit 30. Rück 오늘, wo du komper mit上ues, um das Franz 2012, bright auf der Geburt herbe. Ja, danke. Alles klar. Äal laprus. Ja. Okay. rideen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hatte noch schnell die Etiketten an die Bestellung gemacht. Ja. Und wie gesagt, die Überweisung mache ich nachher fertig. Das mache ich meistens, wenn ich nachher zu Hause bin und eher am Geldautomaten bin. Ja, ja, alles gut. Genau. Und ansonsten, falls noch was im Termin reinkommen sollte, also ich bin bestimmt noch so bis elf, halb zwölf heute da. Falls noch was kommen sollte. Ja, ich denke auch, so in dem Dreh bin ich noch erreichbar. Wenn was ist, dann rufe ich natürlich kurz durch. Alles klar, super. Jetzt aber auch nicht mehr von aus, dass was reinkommen wird. Nee. Ausgehen tue ich davon nicht, aber besser mal auf Bescheid. Genau, richtig. Alles klar. Ja, dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Feierabend. Ja, danke. Gleichfalls. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, zu dem Lungengebäude. Schönen Abend. Aussehen. Guten Abend. Ciao. Mitch zufrieden. Mitch zufrieden. Auf jeden Fall. Nee, Mitch zufrieden. Joe ist zufrieden. Ich bin Joe. Ich weiß, aber ich bin auch zufrieden. Ah, ja. Sehr schön. Okay. Warum auch immer. Mein Auto war nicht abgeschlossen scheinbar. Warte, bevor wir losfahren. Warte, bevor wir losfahren. Okay. Ja, ich bin Joe. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann halt nicht! Ja, nochmal ganz kurz gucken. Aber ich meine mich zu erinnern... Nein, das weiß ich nur OOC. Ich glaube, Kate ist Freitags nie da. Oder hat sie mir das auch intern... Äh, und... Wie hat sie schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Freitag. Okay. 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 Spontane Idee. Wir gucken nochmal, ob wir eventuell noch Klamotten kaufen. Hätte ich vorher bei Venture gucken können und sollen vielleicht, ja, aber wir fahren einfach auf gut Glück hin. Okay. 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 Oh, okay. Vielen Dank. Also, das ist einfach mal meine Snacks in Mode. So, guck mal, da ist ja auch ein Automat, da gehe ich dann einmal ganz kurz das Geld vom Italy einzahlen. Dann haben wir dann in der Tasche 95 Dollar. So, das heißt, wir gehen. Äh, Konto verlaufen. Ach nee, wir können ja erstmal überweisen. So, drei Uhr über die Miete. Dann haben wir um 22, 23, 22, 24, Little Italy und Little Italy. Und zwar 95 dazu und minus 77. So, das heißt, wir gehen. Okay. 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 So, okay. So, go. Vielen Dank. Na, Wind. Na, Wind. Hallo. Sie können mir bestimmt weiterhelfen, oder? Ja, ich versuche mein Bestes. Alles klar. Und zwar suche ich noch so zwei, drei Anzugkombinationen in einer anderen Farbe als schwarz. Ja, haben Sie da bei unserem Katalog schon einmal reingeguckt? Sie haben einen Katalog, davon wusste ich bis gerade nichts. Ah, okay. Afrodonis über unseren normalen Account bei Venturegram. Da können Sie durchgucken. Da haben wir so die aktuellen Sets im Endeffekt ein Stück weit als Serien im Katalog. Ja. Da können Sie dann einmal durchschauen. Also dann werden Sie vor allem auch ungefähr eine grobe Richtung finden. Und dann kann ich immer noch versuchen, so ein bisschen Insider-mäßig zu gucken, okay, wohin könnte die Reise gehen. Ja, alles klar. Wenn Sie sagen, neben schwarz, dann würde ich mir vor allem im Statement vielleicht den braunen anschauen. Und auch vielleicht bei den Basics nochmal nachgucken. Vielleicht auch mit dem Flieder, engen blau. Schauen Sie da einfach durch. Ja, alles klar. Ja. 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 Ich muss ja gestehen, der weißer Anzug gefällt mir irgendwie. auch. Ja. Hm. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, ich will mir das Mr. Red raussuchen lassen. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, Ja. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Wir wollen. Wir wollen. Vielen Dank. 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 Ja. 20 Uhr. Korruption und Vorteilsgebührung. So, Missi, dann kommen Sie mal mit. Jawohl. Nächster. So. Das war was. Dann jetzt auf die Swapings. Ja. Ich habe jetzt leider Mr. Red nicht gefunden, aber sharp das Rote. Ja, ich denke. Scharprot, ja. Genau. Das hätten wir auf jeden Fall da. Da könnten wir im Endeffekt dann, dass auch wenn es so fern von den Größen her passen sollte, dann können wir da heute sogar noch den Deal mitmachen. Ja. Ja. Dann probieren Sie mal an. Dann warte ich auf Sie. Verzeihen Sie mich hier. Alles gut. So, wie sieht es am Nacken? Soll ich die auch machen? Am Nacken fühlt sich das eigentlich ganz gut an. Ja. 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 Was hier jetzt so passt. Ja doch, wenn wir die Ärmel lang ziehen, dann passt das Sack zumindest von der Größe. Wie sieht es mit der Hose aus? Da dürfte aber das schwarze Kamisole drunter passen eigentlich. Ja. Ziehe ich an. Ja. Eigentlich fühlt es sich ganz gut an. Ich bin mir mit der Länge noch nicht ganz sicher. Ja. Bei der Hose selbst? Ja, genau. Ja. Ja. Okay, aber sonst vom Gesamten her? Ja. Wäre das so Ihr Anzug? Mhm. Ich lasse es gerade noch ein bisschen wirken. Ja, ja. Ist natürlich nochmal was anderes, ne? Wenn Sie jetzt normalerweise zu dem Set gehören, schwarze Lackschuhe. Ich weiß nicht, haben Sie welche zu Hause? Schwarze Lackschuhe habe ich zu Hause, ja. Okay. Mhm. Die müssen wir uns natürlich darunter jetzt vorstellen. Mhm. Ja. Gerade wenn die den Akzenten des Hemdens, ne? Weil wenn Sie sagen, Sie haben den so, ich habe das auf jeden Fall im Regal, habe ich noch eine Hose, die ein bisschen kürzer ausfällt, eine Nummer vielleicht oder so. Dann müsste die Hose eigentlich auch passen, ne? Die selbige Hose dann auch noch. Achso. Dann kann man den heute mitnehmen. Ja. Die anderen Sachen müsste ich auf Größe bestellen. Wobei, dann gucke ich auch nochmal bei dem Flieder. Vielleicht haben Sie da noch Glück, dass ich da auch noch was da habe. Ja. Mhm. 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 Okay, lassen Sie mal gucken. Ich gucke nach dem Flieder. Super. So. Einmal strecken. Jawohl. So. Und das nächste. Ein. Auch offen. Und das nächste. Und das nächste. Und das nächste. Nächstes. Näses Moment Und Näses Komt Ja genau, das lässt sich damit sicherlich kombinieren Genau, das ist Weinrot oder so ähnlich Also letztes Mal haben die irgendwie 100 und 200, also ohne Hemd müssten das 300 Die habe ich auch leider nicht, die anderen müssen wir bestellen Ja, also das heißt, die anderen Sets wären alle nicht verfügbar sozusagen Ne, genau, die müsste ich bestellen, das hätte ich jetzt so verfügbar würde ich denn, wenn wir das jetzt gleich vorne in den Tresen packen, dann hole ich nochmal eine Hose in der richtigen Größe und dann machen wir das fertig, ja, das Einzige, ich habe gerade nochmal auf, da habe ich einen Spickzettel mitgenommen, das Hemd habe ich in der Form tatsächlich schon zu Hause Okay, dann machen wir ohne schwarzes, dann nehme ich das Set sozusagen auseinander, dann berechnen wir jetzt eigentlich nur Sakko und Hose Die Dame wäre auch wieder zurück Ja, alles klar Ich komme gleich So, ich hätte noch eine Frage diese engen Anzughosen Ich habe meines Wissens eine weinrote Jacke zu Hause, gibt es dazu eine passende Anzughose oder was Also schwarz kann man natürlich dazu tragen Aber haben sie das Weinrot Weinrot haben wir in dem einen Set ja auch mit drin Da gucke ich mal kurz nach, ob ich eine passende dazu finde Eine Hose, ne? Ja, genau Gut, so Dann gucken wir mal Wir haben ja Weinrot auf der einen Seite und dann müsste ich nur sehen, ob das genau da auch passt Ah ne, das hier war Hummerrot Weinrot Bei der Hose Dauer nämlich leider nicht Ja Also gar nicht verfügbar oder nur nicht am Lager? Ne, gar nicht verfügbar Ah, okay Manche Farben genauso wie das Marienblau finden wir halt einfach nicht nochmal genauso wie die Hose Alles klar Ne Ne, das sieht schlecht aus Ja Okay Ähm Von den Hemden Ähm Habe ich aktuell Schwarz und Weiß Haben Sie da sonst noch andere Farben gerade? Ja, ich kann Ihnen mal was holen Ja Ich glaube, ich habe da was liegen Gerne Kannst du aufsingen? Ich bin dabei Ja Ich bin dabei Ich bin Fly Und der Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei So, Monsieur, dadurch, dass Sie am liebsten anscheinend ein bisschen in Farbe gehen wollen, habe ich Ihnen jetzt einfach mal rosa und Senffarben mitgebracht. Senffarben finde ich halt immer unglaublich schick. Vor allem, wenn Sie jetzt in den Bereich für grauen Hosen oder schwarzen Hosen halt gehen. Ja. Ja. So. Das sitzt doch ziemlich gut. Ja. Ja. Da müssten wir mal gucken, weil ich passe da natürlich auf, aber beim Dress-Up, was Sie bestellt haben, ist es ein Manchettnemp. Das ist ein anderes. Da haben Sie einen Knopf oben auch nochmal eng. Ja. Das ist ein anderes. Okay. Das heißt, wir doppeln uns dann nicht, dass ich das auch auf dem Auge habe. Ja. Okay. Okay. Ja. Dann wechsle ich einmal. Ja. Ja, zu dem Anzug jetzt nicht. Wollte gerade sagen, zu dem Rot würde ich es sicherlich nicht tragen jetzt, aber rundlegen. Moment, ich gehe mal einmal ganz kurz näher gucken. Ja, ja, machen Sie mal. Ja, aber auch ich denke, dafür wird sich die richtige Gelegenheit finden. Ich denke auch. Soll ich die beiden jetzt mit dem Anzug einpacken? Also, weil wenn das alles im Endeffekt von der Größe her passt, dann packe ich das alles dann mit rein. Ja? Ja, selbstverständlich. Okay, dann mache ich die beiden schon mal mit rein. Und den, was hatten wir jetzt gesagt? Ach, das war jetzt der, die enge Jacke, rote Enge vom Sharp, genau, Sharp. Genau, die rote enge Jacke. Sharp Rot, die nehme ich mit rein. Das heißt, wir sind bei der Jacke, da kann ich 90 draus machen. So, bei der Großbestellung. Und dann nehmen wir die rote noch dazu, 190. Dann wären wir bis jetzt bei 390. Bei 390, also die zwei Hemdenhose und die enge Jacke, richtig? Genau, und die enge Jacke. Richtig, und dann nehme ich Sharp Rot raus aus der Bestellung. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Anzüge. Genau, aber die, wie gesagt, ich würde die auch optisch gerne erstmal beurteilen können. Die bestellen sie dann und dann kann ich die erstmal unverbindlich anprobieren, sicherlich, oder? Ja, genau. Also, bei der Menge natürlich, das ist jetzt immer so ein bisschen Ausnahme, weil man guckt natürlich schon, damit es nicht allzu sehr auf Kosten des Geschäftszeit ein Stück weit geht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch tatsächlich ernsthaft vorhaben, die, wenn sie ihnen halt auch gefallen und die in der Größe halt so passen, wie der Schneider die reinbringt, dass sie die halt nehmen wollen, richtig? Das ist mein grundlegender Plan, ja. Sehen Sie. Und deswegen vertraue ich ihnen da und dann kriegen wir das auch hin. Sehr gut. Soll ich ihnen die Teile alle nochmal wiedergeben? Also, Moment, ich gebe ihnen auf jeden... Ja, genau, dann fangen wir einfach mal... Dann packe ich das nämlich zusammen für sie. Jawohl. Mach das vorne in die Tüte alles rein. Genau, dann gebe ich ihnen erstmal das schwarze Hemd, was ich schon zu Hause habe. Ja. Genau, dann einmal... Fahne mich weg. Dann einmal das rosa, ne? Die Hose, das Hemd und das hier geht. So, dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 Zeilen für die Bestellung. Blockiere ich hier schon mal für sie. Okay, zack. Zack, so. Gut, alles klar. Dann können wir zumindest... Haben wir ja nochmal das Vergnügen, den Diesel sozusagen abzuschließen. Das freut mich immer ganz gerne, wenn man sich schon auf die Reise nach gemeinsamen Anzügen macht, das so ein bisschen zusammen macht. Ja. Dass man am Ende trotzdem noch einen gemeinsamen Abschluss irgendwie hat. Und am Dienstag kann das sein, dass die Anzüge dann schon da sind. Das heißt, dann würden sie einfach mal rumkommen. Ja. Ja. Und dann probieren sie es nochmal nach der Größe ein Stück weit an. Ja, selbstverständlich, gerne. Was ich jetzt... Ja? Ja, Dienstag sind sie wie lange da? Bis 23 Uhr ab 21 Uhr. Alles klar. Ich bräuchte jetzt nochmal ihre Nummer und ihren Namen. Ja. Also ich habe es schon mal bestellt. Joe Meller ist mein Name. Vielleicht haben sie mich dann ja schon... Joe Meller? Meller mit E. Meller. Meller. Okay. Also so wie man spricht? Ja, genau. Okay. Und die Nummern? Also weil wir speichern die Kunden prinzipiell so als riesigen Kartei nicht. Ja. Dann dreimal die fünf. Ja. Acht, sechs, acht. Acht, sechs, acht. Zwo, drei, eins. Zwo, drei, eins. Okay. Sehr gut. Dann können wir beide nach vorne gehen. 390 Dollar wären das dann. Ich weiß nicht, müssen sie noch... Ich muss einmal ganz kurz zum Automaten, genau. Alles klar. Dann wäre der Materialpreis, der reine Materialpreis 390, ja? Wunderbar. Okay. Dann sehen wir uns gleich in der Kasse. Bis gleich. Ja. Erscheint anscheinend was. Abend. Abend. Nein, ich gehe jetzt erstmal zum Auto. Ich laufe erstmal zum Auto. Ich laufe erstmal zum Auto. Nein, ich mache's. Ah? Tschüss. Ich lasse. vorbereitet hier sehr stark welches andere so bis hier da komme ich auch mal rum gibt es eine ganz schwarze Jacke alles klar, das wären dann 390 Materialpreis in der Zeit gebe ich ihnen jetzt schon mal ihre Sachen in der Tüte drinnen so, bitte sehr dankeschön also das weiße Einstecktor ist kein Problem für eine Beerdigung ja, meine eigene Beerdigung wäre schon ein Problem ich bedanke mich ebenfalls einmal ganz generell haben sie eine Größenordnung was die was die Jacken, Hemden und Hosen kosten grundlegend liegen die immer in der Größenordnung 100 Dollar oder einfach nur so, dass ich mir das schon mal zusammenrechnen kann die sind meistens so in dem Dreh von 150 bis 250 ja also das ist ja komplett unterschiedlich soll ich ihnen das ungefähr mal Pi mal Daumen überschlagen muss ich die Sachen wiedergeben oder was die da erwartet einfach nur, dass ich eine Größenordnung habe 50, ja 500 ich runde jetzt einfach mal auf, ne ja 500 äh, 950 Statement schwarz 950 dann hätte ich gerne meine Sachen auch wieder meine stinkende Jaco, meine stinkende Münze hätte ich auch gerne wieder Frau, alles da du bist ungefähr so bei 2700 glaube ich sein ja, alles klar so 2700 bis 3400 das könnte irgendwie ja, alles klar okay gut, wunderbar sehr schön dann bedanke ich mich schon mal wünsche ihnen noch einen schönen Abend und äh, weiß nicht sind sie am Dienstag auch da oder ja, vielleicht ja dann haben wir vielleicht ja nochmal das Vergnügen alles klar dann können wir es gemeinsam ausprobieren, ja wunderbar ich bedanke mich wiedersehen ja ciao ciao ja, möchte ich bitte das dann mal wiedersehen wiedersehen so wir geben unser ganzes Geld für Klamotten aus Bibi die in wie die ja gehen und die Zweite rechts. Und dann irgendwann links. Und dann irgendwann links. Und dann links. Ist das neu, dass da oben ein Auto auf dem Dach steht? Oder war der Schirm nicht mehr da? Oder war das Hauhäschen überhaupt schon hier? Ich erinnere mich gar nicht. Haben sie das neu gebaut? Ja, ich will ja auch keine Antworten, aber ist mir gar nicht aufgefallen. Das haben sie neu gemacht. Hier waren sonst nur Parkplätze. Das ist ja spannend. Das ist ja schön. Hat er ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ist das ein anderes Rot oder täuscht das? Ist doch nicht mehr der gleiche. Dieses Rot ist einfach nicht so schön. Das ist immer noch der von der Versteigerung, glaube ich, ne? Na gut. Ach, guck. Er ist auch neu. Ihn habe ich auch noch nicht gesehen. Hm, hallo. Nee. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ah, ich glaube, du nimmst mir jetzt nicht den Parkplatz weg, oder? Der nicht frei ist. Der nicht frei ist. Oh, ins Erdgeschoss. Wollen die ganzen Leute hier? Geht weg! Geht weg! So. Die 95 Dollar aus dem Italy haben wir vorhin überwiesen. Nein, die 77 Dollar. 95 Dollar hatten wir eingezahlt aufs Konto. So. Ich habe das Lager abgeschlossen. Ich wollte es aber aufschließen. So. Joe steht pipi. Nicht zum Pee-Dee. Er macht pipi. Wiegel. Wiegel. Auch bei mir. Vielen Dank. 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 Oh Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. 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 Oh, Rad. Ich habe die Musik vergessen. Hol ich gleich nach. Ah, hier sind die Paint Brothers. Alles klar. So, hier sind wir auch schon. Wo ist denn das? Von oben, ne? So, hier sind wir auch schon. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Nebend. Cyprus hier. Bedanke mich. Auslieferungsmusik. gosh. Das war's. Das war's. Ich bedanke mich. 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 Alles klar. Hallo, der Limetten-Cypress ist da. Ich bedanke mich. 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 Und ich bedanke mich. 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 Ich bedanke mich nochmal wiederholen. Ich bedanke mich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was das ist. Weiß man nicht. Okay. Oh ja. Hoch ins Herdgeschoss. So. Lebensmittel verstauen. Lager abgeschlossen. Der Schrank ist auch zu. Raus aus den Nassenklamotten. Weil die kann nicht mehr so wundern. Ja. 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 Ab, die Dusche reparieren und dann zurück. in diesem Sinne ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend eine gute Nacht und Möhö